Ja, hallo zusammen, da bin ich. Ich melde mich mal kurz mit einem kleinen Info-Video zu später Stunde. Ich wollte euch einfach nur mal ganz kurz informieren, dass ich meinen Upload-Plan in Zukunft ein bisschen ändern werde. Das heißt so ab der nächsten Woche quasi, also ab dem 27.01. Es war ja bisher so, dass ich drei Folgen in der Woche aufgenommen habe, beziehungsweise hochgeladen habe. Immer Montag, Mittwoch, Freitag um 5 Uhr. Das werde ich jetzt ein bisschen anpassen, Freunde. Und zwar werde ich jetzt täglich Videos hochladen, also montags bis freitags jeweils um 17 Uhr. Und das stellt sich jetzt so folgendermaßen zusammen. Montags, Mittwochs und Freitags, Freunde, kommt das aktuelle Strategiespiel. Also Dune 2000 zum Beispiel, momentan. Und das neue Spiel, was jetzt dazu kommt, ist ein etwas kleineres Format, mit Dienstags und Donnerstags. Das Tenchu Fatal Shadows. Jawohl, Freunde. An alle Tenchu-Freunde von euch. Ihr könnt euch freuen. Ich fange nächste Woche an mit dem Spiel. Ich habe es mir auch schon besorgt und mal getestet auf dem Rechner. Das funktioniert soweit. Und ja, da hoffe ich, dass ihr das arrangieren könnt mit dem neuen Upload-Plan. Ich denke, für alle Strategie-Gucker quasi, wird sich jetzt nicht viel ändern. Also es kommt nach wie vor alle zwei Tage Dune 2000 und hat nur halt dazwischen drin noch ein paar Videos, sage ich jetzt mal, von einem Alternativprojekt. Und zwar Tenchu Fatal Shadows in dem Fall. Genau, Freunde. Alles nach wie vor um 17 Uhr. Und wie gesagt, immer im Wechsel. Montag, Dune, Dienstag Tenchu, Mittwoch, Dune, Donnerstag, Tenchu, Freitag, Dune. Und das Wochenende nehme ich für, ja, quasi aufnehmen, schneiden, rendern und Privatsachen. Genau. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass euch der neue Upload-Plan zusagt. Und das wäre es dann auch schon mal von mir gewesen mit der Info. Und dann würde ich mal sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüssi.